Besuchen Sie den Zeiliner Adventmarkt am 26. und 27. November. Im wunderbaren Ambiente des Schlosses Zeilern erwarten Sie Kunsthandwerk sowie die Adventwerkstatt, Ponyreiten, Musik der Musikschule und Jagdhornbläser und vieles mehr. Am 26. ab 13 Uhr und am Sonntag den 27. November ab 11 Uhr. Am 26. ab 13 Uhr.